Herzlich Willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute gebe ich den Gewinner von der Premiere aus und zwar von der Premiere von meinem 2. Account und zwar von der Runde hier. Da habt ihr, konntet ihr abstimmen welches das Spiel ich das nächste spiele. Wie ihr gerade gesehen habt, ist Camping 1 und Camping 2. Also das nächste Spiel, was ich jetzt als nächstes spielen werde. Und ihr könnt auch das jetzt abschicken lassen. Ihr könnt auch abstimmen. Es gibt wieder eine Premiere um 16 Uhr auf meinem 2. Kanal und zwar Castle. Castle Eindrückspiel, halbes Gameplay. Da war das Problem. Ich hatte jetzt nicht das ganze Spiel mehr drauf. Deswegen habe ich jetzt nur das halbe Spiel. Deswegen werde ich halt jetzt immer nur halb machen. Werde ich manchmal halbe Gameplays machen, aber auch ganz ganze. Und wenn ihr euch, wenn ihr das Video gefällt, lasst jetzt ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder bei der Premiere. Tschüss. 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 Tschüss.